1 Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Durchgelacht mit Bröck Mit Johnny Ja, mit mir und Johnny Und wir machen hier eine Runde Letality Zion mit Orn Botland Ja Beste Sache, die ihr 1 zu 1 So auch in eurem Range übernehmen solltet Achso, ich dachte gerade Wir haben das noch nie so gespielt, nein, nein Wir wollten eigentlich Weiger Philistik spielen Was mit meiner Hilfe war los Schöne Bugs Ride Aber es wurde für die gebannt Better Item Tank Support Ich spreche kein Kein schlechtes Englisch, sorry Ich spreche kein Flex-Q Wollen wir dich im Try warten? Wir können im Try warten, ja Aber da scouten die ab und zu Ja, lass doch warten Aua Schwierig Hast du preisgegeben Jungs, macht euer Ding Ich starte ohne Pool kein Ding Wir lieben dich Du bist toll Ah, der wird gerade hier noch runterkommt, der Junge Ja, wie immer Äh, absolute Legenden Im Team Wir sind ja Flex-Q-Challenger mittlerweile Also wir sind echt sehr gerne da in den Tribor schlaufen, ne, Johnny? Ja, wir machen aber Okay Die sind natürlich auch Double Ranged So, wenn die halt Wenn die also hier Wollen nicht facechecken, dann Wann mach ich denn? Mach ich einfach ein E gegen die Wand? Ich spiel den Shepard nie Oder mach ich W? Das ist beides gleich sogar Also so, EW macht mir Damage Aber ich weiß, ob du weh durch Chris Wobei, wenn ich, wenn ich Halt dein Maul Die hat einfach ein Wort drin, Johnny Ja Verhiese Sehr gut, wir haben endlich echt viel rausbekommen, ne? Ja, ich weiß nicht, warum Johnny, lass mich sind so ein Spiel Ey, ich bin voll gut, David Ja, so what Ihr hättet auch reinlaufen können Ich wette, in dem Video, was wir Davids gemacht haben Hab ich Dach gespielt Oh Gott Ja, was? War das ein Hit oder was? Das war ein Hit oder was? Boah, ich muss sagen Senna ist aber auch ein Wichs Ein Champion Ja Alter, das ist ja Das ist ja eine Legende Ja, also Tötet haben sie auch noch genommen Boah, erster CS, geil Geht's gut an Ich weggeleicht Level 2 Dann würde ich sagen Ja, und ulti da rein Warum ziehst du denn nicht durch, du Arsch? Weil ich Angst hatte Das wäre wahrscheinlich durchziehen sollen, ja Nicht gelogen Na gut Aber ist ja okay Slow into slow ist ja immer noch ein Kill hier, oder? Oh Mach halt wirklich sehr wenig Schaden, ne? Ist mir auch schon aufgefallen Ja Also ich mach so 100 Schaden in meinem Q Das ist das Übrigens, Head of Blades hat genau 0 mal geprobt schon Sehr gut Ich glaube mit Komet hätten wir hier einen Kill, no? Ja genau, weil der Komet komplett rein scheppert, ne? Richtiger Dino, die Kaiser Oh Oh Sehr gut Gar nicht gut Aber schöner Hild von Ihnen, muss ich sagen Also das war Das war entspannt Das war mein hier, ne? Achso Stattdienst von uns Sehr gut Big Fan Ich glaube, ich kippe den Movements Damit du, ne? Die D war super Aber die sind halt leider den Flash gefunden, ne? Aber noch klar So 1-2-1 Ja, ich finde vor allem auch unsere Kommunikation Kommt raus In Klatschmoments, ne? Die ist top Das war kein Klatschmoment Das war einfach ein Standard-Gameplay zwischen zwei sich verstehenden Menschen So ist es nämlich Stattdienst, ne? Was macht sie jetzt? Was war das mit ihr los? Hast du ein Problem? Ähm, ich glaube du Intest Ich bin raus, ne? Ich glaube du Intest? Ist das Spin Communication, oder? Warte mal, nein Spin Communication ist Ich habe geinten Ähm Ich würde sagen Du gehst einfach Lethality, ne? Und ich gehe einfach Sunfire Und dann machen wir die Die hat ja jetzt ein Tier Boah Der Faust-Spec ist unnormal hoch Ja, komplett free jetzt 35 Mana kostet nur der E 35 Ich dachte, wie viel soll der E kosten? Ah, ne, 35 ist auch okay Was, ein dummer Champion Auch Passive Einfach so Jo, du kannst Items spawnen Und übrigens Du kriegst 10% mehr Armour und MR aus allem Wenn wir keinen so baust Wollen wir da rein? Ja Jetzt hatte ich ganz kurz das Gefühl Dass da noch ein Q von ihr kommen würde Aber Ja, kam Ja, aber Hört keinen doch ab, ne? Oh, war trotzdem okay, ne? Oh, free Free Ist gut, oder? Ja Ist gut für deine Predator-Item Arnold Ja, kannst du freezen, ne? I'm on it Gecharged, der Q Der kommt Und wie der kommt Diesmal hat er auch einen Lock-Up Oh, klasse, Pudi Killing Spree Ja Einfach geil So So ist es nämlich Einfach geil Oh, shit Ja, ich bin Ich muss kurz ausschließen, Leute Sorry Es war für Letalität Wie bitte? Immer best für Ja, ich geh jetzt einfach mal best Und dann komme ich zurück What the fuck was hat Dann bleib ich jetzt nicht best Dann bleib ich jetzt hier Ist mir egal Schön, okay, okay Du wirst aber erst mit Level 6 basen Wie viel Geld hast du denn? 1300 Ja, da kannst du auch noch kurz warten Ja, sag ich ja Sie haben das Ding Ich muss nur last zitten Oder muss ich mit dem Schild last zitten Paul, weiß ich doch nicht Ich spiel den immer noch Ich spiel den immer noch Ja, der gute Sion Ja, ist doch Ey, mein Dann interessiert doch keinen Arsch Ja, aber 27 Bonus leben schon Why? Ich bin sane Ja, ich glaub trotzdem Wir sollten wahrscheinlich eher backen Oder willst du das hier wirklich fighten? Ich fighte das mit dir bis zum Tod Also war's denn des Wortes Ja, die ist so tanky, die Frau, ne? Fühl dich nicht Fun Ja, ist ein Better Jungle Wins Moment Riese Goddammit, ey Ey, Sekeritis Komm doch mal runter hier Ich bin mal um Hilfe Ja Macht der jetzt Drake? Ne, der klickt ein Wort Ja, ich würd sagen Du recodst einfach auf Level 6 Und dann ist das Oh, haben wir Ähm Er kann C-Shit Ähm Okay Also ich hier wirklich oft Äh Komm hier ran Na gut Na gut Aber ich hab mein erstes Infinity Item ready Und bist du da für 6? Ne, ne? Ne Da wär's für so ein bisschen Ein bisschen gierig Ich muss sagen Also heilen, ey Boah, ganz schwerer Summoner Spell Kenn ich Aber Ich bin jetzt Ist auch schwer Wenn man auch zum Zwischen einen Flachmann im Hals hat, ne? Einmal So Darf ich denn hier, Warmeens Ich muss heute Abend noch Moderieren, ne? Das war die Herausforderung Mein Flachmann Ey, ich mein mit Mit der Müdigkeit So, was machen wir denn jetzt? Doch, da bin ich Ich würd sagen Oh mein Gott Ich hab 69 Bonus Leben, Johnny Ja Ist das cool Ich hätte gerne 69 Mana Den haben zwar wieder Flashes Aber ich seh mich trotzdem jetzt hier Auf nem schönen Rundown Ja, aber ich hab ja keine Ich hab ja kein Mana Was ist das? Irgendwie kostet ja alles Mana Ist doch nicht gut Ne Bist du ready? Ja, das Machst du go? Mach ich go Ich mach go Und jetzt? Das wird wahrscheinlich Timing, der ich schon jetzt so mittel sein, oder? Das wird super Also Wir haben Uels getradet Sag ich mal Also ich sag mal Timing war nicht Das prägende Problem Was besiert es von mir? Oh shit Da bin ich raus Wahrscheinlich bin ich doch nicht raus Kriegen wir Ne Aber Bonus Leben Hm Einfach sein Das sah schon cool aus Wie die Kaiser das gemacht hat So, ne? Das war schon auch ein Sidestep Muss ich sagen Der hat mir gefallen Overall Also prinzipiell Sollte ich wahrscheinlich Timingmäßig Hast du recht Hätte ich noch einen Ticken Länger warten können, ne? Aber das ist ja Wir üben ja Und wir haben jetzt Den Uels bekommen, ne? Also flash jetzt weniger Aber Den Uels haben bekommen Ja eben Und das ist ja das Entscheidende Ich stelle vor Man könnte Sion Uels einflaschen Und ich sag mal Mitte Miss war auch nicht gescholt, ne? Gescholt Ich bin da Oh mein Gott Du bist weg Der Wille ist da, ne? Könnt ihr nicht einfach Irgendwas, keine Ahnung Und Midi lasst dich spielen Leona oder so Warum Senna? Kack Aber Vision Score Ja Komm run, vor mein Du bist einfach ein von null Bitte? Also einfach ein Vision Score von null Und ich, 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 ich hab Bremble West, wie ich gerade realisiert habe Gott damn it Okay, ich bring mich hier wieder in Position, ne? Ich, ich hab noch keiner ult Ist mir egal Ich schock die Lane runter Ob du, ob der Genre da ist Ob du ult hast Ist mir alles kacke Aber warte kurz, okay Das sieht doch viel besser aus Oh, sehr gut Was macht denn das Hier alles gar nichts? Turn around Und Bist du deep Viel zu deep Ah, ha, 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 ha Wir haben sie geblokt Was? Klingt aber Das läuft super Ja Ich, äh, pro Ich mein, du hast die Kaiser gut getroffen, ne? I did Aber die hat mich, glaub ich, im Weh getroffen Und durfte dann irgendwie sieben Kilometer unten Wat? Guck ich einmal nicht hin, ne? Ja Das ist ein Problem, Johnny Hat die noch W? Ne, ne? Ne Bitte geh Bitte geh, danke Ich sag mal, der, 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 der Kasadin, der ist am Skate Ne? Hab ich den nie vergessen Bin gleich da Ja, wir können die locker machen Schade Wir sagen im Nachhinein, wäre das Support-Item bei mir dann wohl doch Besser, ja Oh, Graves Free Ich hab nur 30 Leben und 3 Mana Let's go Aber du hast die Pässe Oh Ich hab nur noch ein Vision-Score-Noi, das ist doch gemein So Mehr Detail-Items sind mehr gut Weil du kannst ja jetzt wieder runterrennen, ne? Natürlich ja wieder runterrennen Wenn ich einst nicht gelernt habe, bin runterrennen Das ist echt für vor den Bluboff, Mann Das ist natürlich ein Amateur Oh, ich glaub ich bin tot, ne? Oh Ich fand's vom Timing so ein Mittel Aber wie? Hättest du doch nicht durchrennen können? Aber ich war doch gar nicht da, äh, Johnny Ich hab gleich holt Ja Guck mal, was für Legenden wir sind Ja, haben wir wirklich gut gemacht Ja, komplett Keine Ahnung, ey, das ist echt ziemlich fun, ne? Mit keinerlei, Mann Haben wir Haltungshass? Alter Das ist nicht nur gut Das ist ein Klatsch, ne? Alter, ich ficke dich Oh, sorry, das hab ich nicht gesehen Oh, sorry, das Okay, hier schon Ey, nicht hinten jetzt deswegen, ne? Nicht traurig sein, Johnny Könnt ihr einfach runterrennen, ne? Ich glaub nicht, dass wir das tun sollten Okay Ich hab auch jetzt wieder 1,8 Also Du bist halt einfach rich kid, ne? Aber ich hab auch das erste Mal in meinem Leben geht hier Aber wenn ich mir jetzt Was für eine dumme Sau Wollt ihr mich verarschen, oder was? Das ist doch killen Ich hab doch nichts mehr Ich hab doch gar nichts Die töten uns einfach Diese negative Einstellung Wie die mir auf die Nerven geht Ich hol mir jetzt ein Humus Dann renne ich da Dann jobbe ich den Shit so runter Jetzt guck mal einen scheiß Altenbauen hier Ich kotze im Streit Das ist immer alles zu stressig hier Geiler Typ Das sag ich, wie es ist Oh komm Eigentlich müsste ich jetzt hochgehen Und die Wave verhalten gegen Vayne Aber das mach ich einfach mal nicht Ich komm einfach unten dazu Ist doch gar kein Stress Mit uns hier Ja Haben wir das souverän Oh, nicht gegen die Wand Nicht gegen die Wand Ich geh in die Wand Silas Fight Überhicht rüber Flash E Oh fuck Ja, souverän Was hier Nicht unwichtig Ich glaub tatsächlich Das war schon Völlig useless Ne Ich hab doch einen Edge Überlebt Ja, aber Ich hab danach gehealt Was so Was ist mit Faker los? Kasadin Tu was Lass den sterben Oder den Oh, der war nicht schön I mean If it works It works Let's find you Shit Give us Ignite Okay, okay Ich muss sagen Das Comeback Was wir hier gefeiert haben Ist krass Ich hab schon seit sieben Jahren Keinen CS mehr bekommen Aber du hast mich Bald in CS Ich bin halt Also wirklich Ich bin so stark Danke, Johnny Für deinen guten Support Voll gerne Ich habe auch das Gefühl Ich mach hier alles Sehr gut Aber ich meine Ich sollte ja später Hier pretty much Unkillable werden Ich weiß auch nicht Wer jetzt in der Flexview Unmengt eine Veine auspacken muss Aber das ist ja ein anderes Ding Du hast in einem Showmatch Gegen mich Ja, ist denn ein Showmatch Die vielleicht auch ein bisschen Da wird man am Ende So, wenn man am Ende So ein bisschen Auch drauf gucken muss Dass man da gewinnt Ich glaube schon Weiß ich jetzt nicht Ob man das so musste Wie du das Oh Ich komme Ich dann nochmal rein Oder Ich komme Ich komme Warte ein bisschen Warte ein bisschen Ich warte ein bisschen Und nimm dann richtig Anlauf Ja, ich brauche CC eigentlich Ja, ich habe jetzt CC Weil jetzt glaube ich Einfach ein Rundown Ich bin sicher Ein Rundown ist Ja, dann Bist du bereit Oh shit Bist du bereit Ist die Frage Nee, ich bin so bereit CC Auf einmal war der Pinkboard Ich weiß ja, ob der zuerst da war Vision Na, wieso haben die ein Vision hier Hat sie ein kleines Murphs Ja gut, ich glaube, da darf uns nicht zurückhalten, Pocky Wenn der Schock so ist, da muss man auch mal committen Aber die haben natürlich auch an, die Gegner Die haben so an Den Stream an Ja, alles Also die wissen, dass ich da stehe Das ist nicht mit logischen Gründen erklärbar Mit logischen Gründen Ich habe auch das Gefühl, die Vayne, die wird mir relativ wehtun, weißt du Na gut Na gut Ich werde mir Level 11 holen Und dann macht die Rundown Richtig, richtig Damage Ja, da freue ich mich auch drauf Das Problem ist, man trifft die Rundown Aber so wie eben Ich bin kein Mann In so ein Delayten Fight Der war ja schon schön Wenn ich da nicht vorher gepusht hätte Sondern auch hingemufft wäre Wäre das schon ein Play gewesen Oh oh, ich glaube, ich bin einfach tot So lange habe ich Sekt meinen eigenen Freund Ich opfert, aufgibt sogar Ja Ich brauche eine Lane, wo ich Platz habe Ja, der zieht doch gut aus Guck mal Guck mal, wie gut das Oh, wie Ah, wieder der Tapster beknallt Sehr schön Okay, okay, ja Darius hat oben auch den Kill gemacht Ja, mega gut Das läuft Ah, das ist noch Plan Ja, ist das sein Plan gewesen? Ja, komm Ja, dann Na gut Von Max von der Zweite Ist wahrscheinlich eher den E, ne? Wurde man wirklich Ganz gegen die Range-Karte Ja, gegen die Range-Karte Mach ich mal das Kill Okay Gott sei Dank gibt es da von hier Den einen oder anderen Ich komme sofort Mitte runter, ne? Mitte unter? Runter Wie weit fliegt man ein Scheißding hier? Ist das die Ultranzeige? Die ist doch viel größer Komm Wird schon passen Schwierig Komm ich ran Ich mach da so richtig Damage, ne? Die alte Oh, das ist gar nicht so leicht Ach, nö Ja Klasse Okay Wurde gerade deine 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 Dinger Exhaustet Oder habe ich mir das eingewählt? Ne, wurde Aber Allgäste Gibt es schlechteres, ne? Das war gut, aber gut Dann hat er noch Hat er nicht Hat er nicht Hat er nicht Aber nicht gut Das läuft doch nicht in jeder Phase Leicht Aber der Plan läuft jetzt schon noch, oder nicht? Ja, Plan läuft super Also, ich mein, Kasabin ist Level 13, noch drei Level Und dann wird er aber dankbar sein, dass er hier so viele Tanks hat Ich mein, das braucht auch Na doch Das brauchen Leute Armer Das ist doch super Guck mal, du kannst dich gegen die Superman jetzt hochfahren Oder Machen wir vielleicht Nash schon, ne? Ja, die sind Nash ist dann Aber das ist nicht schlimm Dass ich den Flexi-Flesh-Nash machen muss unbedingt Ich weiß, was du hier immer auf Flexi-Uro magst Das ist doch eine tolle Queue Das ist genauso gut wie Team-Rank Sagt mir mein Chat immer Und manche sind dümms Also manche sind dümms auf Twitch Ja, okay Ja, sag doch mal Flexi-Uro ist das, was die Community daraus macht Wird mir mal gesagt Kotze So, jetzt aber mal eine interessante Frage, ne? Ja, 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 bitte Bei Kennen-Minion-Waves ist ja Ich bin da Das Kennen- Den haben wir aber aus der Luft gefüllt, den Juni Ja, ich denke, ich muss ein bisschen Zeit rausholen Aber das ist ja gar kein Problem Ich bleibe überhaupt nicht an dir Eine Sekunde Zumal der Arnold, der hat aber auch Tempo drauf, ne? Aber ich muss sagen Der Damage macht er mir nicht, ne? Ich habe 2.500 Damage über 40 Sekunden bekommen Das ist Tank-Lifestyle Überlegst du, ob du da durchfahren kannst? Kann ich, oder? Kannste, ja Kann man? Kann man Das war ein bisschen Spaß Ja, das war jetzt eher ein Bruchpilot-Nummer, aber... Oder dich können wir vielleicht auch nicht unbedingt fighten, oder? Klar könnt ihr Look at this Sehr entspannt, sogar Hier geht das fast alle full live raus Ich stehe einfach so ein kranken Lazarett Was, wiederholt? Ne, aber in 5 Ich lasse mir zu den Droppen fahren Steckt nicht Gut kommt Gut, da hätte ich vielleicht auch für ein anderes Target ziehen können, aber... Ne, der war super Machen wir den Wischenskotter auch noch rein hier Guck mal, wie der Plan läuft Ist geil Ich muss auch sagen, die nächsten 100 Games, die wir irgendwann mit Sion spielen, werde ich auch Sion spielen, weil das eigentlich schon ziemlich witzig ist Ja, ist das so geil Ich habe auch, ich habe ja eine Folge Adi's Sine aufgenommen Und danach gab es 3 Videos auf meinem zweiten Kanal, wo es nur hieß, Sine macht so Spaß, Sine ist cool Du kannst ja den Pox sieht, die Wave da vorne, naja gut Da brauche ich natürlich nicht auf, wenn du jetzt zu warten Ist natürlich die Frage, baue ich jetzt hier einmal Arme rein, weil der Typ mich so nervt Einmal Leben rein, links hier Boah, ich kann kein Deutsch reden, ne? Ich habe auch keine Ahnung, was du gerade mitteilen möchtest, so Ach, hier auch noch nicht Möchte ich ein zweites Item, was ich upgraden kann, ne? Ich gehe mal, ich spaw So, ab wann kann ich denn hier Items von Leuten upgraden? 13 Das heißt, ich kann doch jetzt von dir was upgraden, oder nicht? Kannst du jetzt aber durch meinen Jumbus upgraden, ja Wie mache ich das denn? Du kommst zu mir hin und drückst 60 auf mich Aber das scheint dir nicht zu gehen Ja, komm her Ich bin nicht Nicht jeder hat ein Item, so Ja, aber ich glaube Transpektiver von Darius, du kannst das von mir upgraden Fantastisch Das war's, da kannst du gar nicht upgraden hier Ja, guck mal Geilo Einfach geil So, jetzt habe ich hier 422 AD und 68 Letality Oh oh Quasi Das ist schon der Match Danke, Johnny Wofür? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Das hat schon nicht sowas Ich hole wieder Zeit raus, ne? Das wird dann meine Q gecancelt Habe ich? Ja Mit meinem Q, oder was? Ja Natürlich auch einen Legenden Move, ne? Exhaust auf mich! Boah, ich weiß nicht Tanks gegen ADCs spielen ist immer sehr, sehr, sehr schwierig, ne? Das sieht doch auch einfach sad aus, ne? Jo Wie viel damage kriege ich denn hier so? Geht sogar Blade of the Ruin, King Kaiser Also da möchte ich sofort reinrammen Und zwar nicht auf die nette Variante Oh shit, ziemlich schon vorbei Okay Oh, vernichtend Sehr gut So stolz auf dich Vor allem mit seinen Erinnerst du dich noch früher Als man noch auf NA gespielt hat Wo jeder irgendwie so 16, 16, 16 stand irgendwie? Als man auf NA gespielt hat? Ja, jetzt Hier, ne, auf den Auf den Wiesen, oder mal? Die nicht Raids, aber halt Oh shit Gibt's aber auch Ne, Legende bist du Komm, mit deiner Passive holen wir sie alle Na gut Was hat die Meinung geändert Boah, dieser Raids geht noch auf die Nüsse Ich glaube, das könnte uns auch halt auf die Nüsse gehen, ne? Wir haben potzende Armour-Pinsetration auch noch rein Damit das einfach so komplett scheppert im Karton Meint der PPE, meint der Intel Sion Ich weiß auch nicht, was er meint Ich glaube, der ist einfach Er braucht halt Zeit Was, was, wer? Du Was denn? Na, was du mit deinem Sion möchte 16, 16 Ja, wie? Früher Weißt du dich? Früher vor Season 1 In den Normals Ach so, ja Da bin ich aus der Base gelaufen Hab über den Exhaust ignited Hab den gekillt Bin gestorben Und bin wieder gespawnt Ach so, ja, 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 ja Und so fühle ich mich mal sein Und so fühle ich mich mal sein Man spawnt Ultet Stirbt Do it again Ja Ja Der sich selber ignorieren kann Wer zu tief ist hier, ne? Hab ich nicht das beste Gefühl bei, ja Ich bräuchte jetzt mal einen Teamfight einfach Ich sag, Casaline ist Level 16 Das Game ist eigentlich over, no? Ja, aber Ja, vielleicht für die Gegner, wenn die jetzt ein Nash kriegen Sind am Nash dran Guck mal Na gut Er hat die Ult gemisst, der Casaline Ist aber durchaus belastend dann, ne? Ahhhh Ahhhh Kann ich den scheiß Vayne nicht one-shotten Ah, da war der Casaline nah dran Der spielt kein Presence of Mind, no? Ist natürlich, äh, schwieriger Doch, der muss ja Presence of Mind spielen Jetzt muss Ohhhh Hat er Sonias und Mana-Ding ab Ah, schwierig Ja, Jungs, try harder das Ding hinweg Ja, nice Ja, ich muss sagen, also Adesign hat sehr gut funktioniert Beim On Gab's jetzt noch Optimierungsmöglichkeiten, möchte ich sagen Ich möchte den Seck auf jeden Fall auch noch dafür, der uns, ne? Spaß hat haben lassen Das stimmt, ja Der Mitsprecher war halt auch ganz oben mit dabei, ne? Also... Natürlich WP 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 Untertitelung des ZDF, 2020